Ist das zu fassen, was dieser Hedrick sich erlaubt? Der glaubt anscheinend, wir hätten noch nie einen Patienten sterben sehen. Ich pack das mal in den Kofferraum. Ich saß in dem Porsche. Es war mir noch nie gelungen, im Porsche zu sitzen. Es roch wie im Luxushimmel. Ich durfte das jetzt auf keinen Fall versauen und ich musste auf jedes klitzekleine... Hey, ne Dose Bier? Mach die bloß nicht auf. Die rollt hier schon seit Monaten auf dem Boden rum und würde explodieren. Perry, offensichtlich ist in John Dorians Dreckklopfer-Methode nicht bekannt. Drei Klopfer und der Schaum sagt Bye-Bye. Das funktioniert jedes Mal. Der schnellste Weg zu mir geht über die Elm Street.